Moin Leute, willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Ja, Leute, ich bring mal ein Video und dann mal gucken, wie es ankommt und dann entscheide ich. Auf jeden Fall, wie im Titel sieht, wir machen eine Challenge, eine sehr, sehr schwere Challenge. Und zwar macht das mit dem lieben Luki. Hi. Wir machen eine Challenge, wir dürfen nur grünes Waffen, also grüne Waffen und hier benutzen, also nichts, was übergrünes oder untergrünes. So, dann drücken wir mal bereit und geht's gleich los. Dann würde ich sagen, let's go, ne? Yes. So, dann geht's. So, dann geht's. So, dann geht's. So, dann gehen wir mal rein. Dann geht's. wird das alle auf jeden fall ein like und ein abo da wenn ihr wollt dass ich weitermachen mit youtube kommentiert auch alle weil der algorithmus kickt rein der gönnt gar nicht und wenn ihr mehr sehen wollt dann aktiviert natürlich die glocke für nice videos und streams auf diesem kanal und schreibt auch gerne spielereien die ihr mal sehen wollen vielleicht überlegt ich mir da auch mal was kann ein kräftiger von der 1 noch kritik noch nie vorgleich kommt und ich habe gesagt Also Leute, um zu meinen letzten Videos, kommen wahrscheinlich ein Ohrchen, finde ich mal. Mal sehen, ich werde heute noch mal gucken, was ihr so kommentiert habt. Oh no, das habe ich hier noch. Wo? Okay, dann war ich halt da, wo du gemokiert hast. Ich habe eine Frage an dich, die auch die Zuschauer angeht. Ich weiß halt nicht, ob du es schon getan hast, ob du es tun wirst. Und zwar deinen Kanalnamen wieder umändern. Mal sehen. Ach so, und was soll ich euch hier auch noch kommen? Schreibt natürlich auch einen Namen in die Kommentare. Was hast du so lange überlegt? Ich würde ne neuen Namen. Direkt goldene, äh, direkt gold. Genau. Direkt grüne DMR. Das ist doch gut. Ja, ich klappe nur Mimi. Ach so, ich werde den nicht abgeben. Genau. Ich finde hier, ich finde hier direkt, alles von Sturm, äh, äh. Also, nicht die Stimme. Aber, also, ich, ich kann die ganzen Namen nicht auswählen. Ich bin einfach, oh Gott, jetzt ist es wirklich ein Stimme geworden, nicht die Stimme geworden. Äh, doch. Okay. Wölder hat wird. Noch mal jemanden, oh Gott, der hat eine blaue Waffe, das ist aber nicht nehmt. Ey, es ist ja wirklich scheiße, es ist ja. Soll die beiden brauchlich nicht. nicht vorhandene sie lange ist grün ist es ja alles in Ordnung mein Leben ist immer geil er mit Nebel nämlich er so oder so immer mit ganz ehrlich gibt kaum was ja man kann ja warum aber ich habe kein Ziel das ist zufälligerweise hier dabei und es wird mir zufälligerweise geben ich bin nicht tot ungestoßen so das dumme ist halt dass sie meistens mit blau Waffen rauskommen hier sind mein Gott ich bin ich hätte ich hätte ich hätte sein mit entdeckten die wollte ich nicht aufgeben ich bin mir aus mir aber solange man sie ja wieder weg liegt oder generell nicht wird es ja alles in Ordnung schritte 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 da hinten ein ein Hauptbild der da hat mir an Hits gegeben ich war ja brutal sie zufriedenerweise ein bisschen schielt oder so vorgab wenn du willst kannst du dir dagegen Schottgang dann dann schön für den Sturmgewehr hier ist doch ein Sturm hier ist doch eins ja doch also ist es so gern richtig Sturmgewehr Sturmgewehr aber es wird auch schon gewählt zählt Sturmgewehr ja ich ja auch hier guck ich hier richtiges und schenken Sturmgewehr aber auch ja ich hab auch schon alles ich brauche nichts ich müsste nur mal nachladen vielleicht trotzdem werden die andere dann merke ich gerade ich mag die automatische mega hier ist Eisen egal wie viele Granaten will der noch zu nur was auch immer der da macht ich kann auch Raketen sein ach Digga es wäre so geil wenn man halt Biggys aufheben könnte weißt du was eine richtig schwere Challenge mal wäre nur ähm epische oder höhere Waffen auf hier also generell einfach nutzen hier schmeckt man dürft vielleicht dürfte man einfach hier auch was anderes nutzen aber wo sonst das wäre bestimmt eine coole Videoidee habe ich einen Kommentar ob ich das machen machen soll ich bin halb aber volle Krippen das finde ich schon krass irgendwie weh gut 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 ich mag keine Schmerzen ich weiß nicht so ob ich hasse das Ding ist es ich weiß es ist nicht ich ich mag es einfach nicht mit ihr zu spielen ich weiß selber nicht wie so also klar die ist eigentlich sehr leicht zu spielen aber ich mag ich habe zwei Kölz aber ich habe überwiegend habe ich geholfen genau der Wunsch zu den Schweden bis in Südafrika gefühlt ich höre auch direkt Schüsse nehmen und der ist jetzt eh schon abgehauen ok hallo gefahren bin ich äh ich hatte Gewehr Recycling erstmal genommen ich habe mich einfach als Blockade genutzt nicht auch da blockiert mich ja ja ich hab noch kurz alle meine waffen noch nicht wir wollen die Lernwur ja, wir werden überstehen sogar komm her komm her, was muss ich tun? hab ihn auch die drohne ist zu geilen ich bleibe bei zwei aber ich bin nur ein unterstützer habe ich ein videospielcharakter wäre ich auf jeden fall unterstützer oder hieler ich bin generell eher so der team player aus ich hasse meine team jetzt ich habe ich auch immer wenig künstler und ich nicht kommen kommen die nun mal so Kuschel 2 Prozent ich guckte ja er hat noch ich will dessen haben wir nur bewegen ich habe mir den Sprung nicht die Bünd ich habe ihn nicht niedergestrickt die Gäste die größte Seemütigung die Gäste der Schilder anrufen aber um die anrufen ja papa ich dachte ich bin nicht gut da muss ich jetzt weiter egal so schnell wird ich 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 vor allem um jetzt erst mal ich eröffne die und da kommt einfach so ein schade ist es kommt einfach so ein schrecklich in der europäische raus das hat so wie gerade da wohl vor der jahr drei kids mit einer zunahme das ist sicher dass das optimalste ist jetzt erst dem er ja ich habe die ganze zeit keine gewünschen wir sind zwei motor meter bist du bist du innerhalb oder außerhalb des und bis innerhalb ich komme ich ja ich weiß der will bettelt da kommt bettelt der das ist ja klar die Ausrede genutzt aufgrund der Städte abgeschäftet die Schüter in jemand wieder den Mord erlöst weg mit dir und erst mal hier getroffen habe ich hab ja den Sprung Nein, ich wurde gekillt Noch wurde es nicht gekillt, noch wurde es um eine Nähe gestreckt Achtenswarte Ja, die Leute, Platz A Ich würde sagen, das war kein Video Scheint nicht Bye-bye